Herzlich Willkommen bei RE-MAX Best Service Immobilien. Mein Name ist Heidi Reichenberger und ich darf Ihnen heute dieses charmante Einfamilienhaus in Gauting vorstellen. Das Haus ist absolut ruhig im Grünen gelegen und ich lade Sie ganz herzlich zu einem Rundgang durch diese hübsche Immobilie ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war unser kleiner Rundgang durch das Haus in Gauting. Wenn Sie eine Immobilie suchen, die im Grünen liegt und ganz viel Ruhe bietet, dann rufen Sie mich an und wir können einen persönlichen Besichtigungstermin vereinbaren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018